Hallo und willkommen zurück zu Dungeon Man's Level 9 mit dem Standartenträger. Mal gucken, was als nächstes geht. Das könnte man machen. Das war, glaube ich, noch Heroic. Das ist jetzt Dangerous. Gefällt mir nicht so. Wir könnten hier unten das machen. Das müssen wir wahrscheinlich ohnehin machen. Dangerous. Oh, da ist das Ding nicht ganz ausgefahren. Ja, dann... Der Cast ist seltsamerweise nicht. Flipp. Hau ich die Maul. Alle tot. Bad News. Dann lassen wir das doch. Bin ganz guter Fahrer. Ein Boss. Aber... Ach ja, die sind festgenagelt. Bring down the sky Ja, gehen wir direkt weiter Aber erstmal rasten Wobei es ist Ja, komm, weiter Aha Ja 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 Ist außer Reichweite jetzt Machen wir erstmal den weg Ah, ok Rasten Rasten Gut feeling, nehmen wir mit Jawohl Ja, komm, nehmen wir mit Bevor wir da Und da geht's auch schon weiter Ah 1800 Hm, nochmal geht da gerade nicht Ah, das kostet natürlich auch Gut Mana Ah, das ist alles, was ja einen Schaden macht Was zur Hölle war das? Ähm Den habe ich gut überschätzt Blüpp Weiter geht's Jawohl Okay Dann nehmen wir jetzt noch Das kann ich auch nicht benutzen, oder? Um Den hier Uh-huh Aha Na gut, der wird auch nichts tun Hmm Wuh Kuckuck 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 Ratsch. All bad news und halt nichts. War das ein Boss? Anscheinend. Das ist wieder das mit den ganzen... Ähm, Trinky Trinky Dingern. Komm her. Oh. Ich habe meine Gutsch. Die sind so ein bisschen nervig. Adventurous ist das Ganze noch. Ja, die mache ich aber... Den Rest mache ich hier auch noch. Denn, ähm, diese Brunnen-Dinger, die können halt die Stats boosten. Falls ich hier nicht sogar schon alle habe jetzt. Oder war das in dem nächsten... Ich glaube, das ist in dem nächsten. Naja, egal. Aha. Ja, 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 ja. Da haben wir was für euch. Dodge, dodge, dodge. Mhm. Na, falsche Taste. Ja. 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 Der ist ein bisschen widerstandsfähiger. Geht aber auch so gerade noch. Good feeling. Drink. Das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ah. Secret door. Okay. Das ist ein Boss. Was ist das da? Naja, das wird wahrscheinlich eine leichte Rüstung sein. Ich kann sowieso nichts anziehen, bevor ich das nicht identifiziert hab. Okay. Da würde es weitergehen. Machen wir die linke Seite auch noch. Schraps. Da, komm her. Okay. Nja. 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 Mhm. Einmal rasten. Mhm. 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 Ja. Okay. Ratsch. Ich kann auch das... Oh. Das eine jetzt mal probieren. Mit dem Bicke Banff. Okay. Ja. Man kann sich damit auf jeden Fall schnell wegbewegen. Und da steht zwar Unstable. Unstable. You are unstable for 19 more rounds and cannot cast Big Banff. Maybe you've got a blink scroll somewhere. Na ja. Aber 19 Runden ist halt schon extrem viel. Okay. Ja. Mhm. Ja. 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 So, hier sind diese ganzen Dinger. Ein Necromantie-Buch. Your best buddy ever. Deadcrafting. Hell is in reach. Starlight soldier. Spend one deadpulse to create a mostly functional pile of parts that will follow you and fight your enemies. When it dies, again, it will explode and deal poison damage to every creature around it. Summoning a Mosley will detonate any other Mosley summoned. Ah, deadpulse freezing power. Little sparks of concentrated deadness because they are dead. Your training allows you to pick them up, carry them around and use them to power your spooky necromancy. Gross. You may also detonate them from range to cause a minor explosion of cold damage that will also detonate adjacent deadpulse. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, ich den vorderen angreifen soll. Thanég, man. Yay, yo. Wow. Let's go. Was natürlich auch richtig fies sein könnte Ist wenn man Sich so einen massiven Boost Durch die Ups, habe ich falsch geklickt Einen massiven Boost Durch diesen einen Shout holt Der abhängig davon ist, wie viele Gegner drumherum sind Und das dann einer Klaut von diesen Jester Typen Dann würde man es vermutlich auch Ordentlich aufs Maul bekommen Okay Okay, ich glaube, es war es hier Ja Gehen wir nach rechts Ja Nein Ah, jetzt komme ich hier wieder nicht raus Hardy Mountain Beat Hab ich noch gar nicht gesehen Naja gut, dann sehen wir das hier auch mal So, die Schriftrolle Um nach Hause zu teleportieren Dann habe ich ja Ja Okay, dann habe ich ja 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 Sehr seltsame Bienchen Ja 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 Was ist das hier eigentlich? Good feeling. Da müssen wir auch noch dran nuckeln. Ja, tun tun die nix. Aber dass man hier nicht wieder rauskommt, ist ja jetzt bescheuert. Ich guck mal, ob ich dazu was finde. Im großen, weiten Netz. Aber ich fürchte nein. Jetzt müsste ich erstmal meinen Browser hochfahren. Mit einer Powermaschine, die ich hier als zweiten Rechner aktiv habe. Ah, Dungements. Um. Mountain Fortress. Grotto. Uh-huh. Ähm. Ja. Es ist, äh. Hat auch einer das gemeldet. Ist aber schon ein Jahr her. Ähm. Scheinen so viele auch nicht zu spielen. Ähm. Ansonsten würde man dazu wesentlich mehr im Internet finden. Da muss ich mich jetzt raus teleportieren. Und dann muss ich den ganzen Weg nochmal ablaufen. Hm. Und vermutlich auch den einen oder anderen nochmal umrußen. Da ist auch wieder so ein Ding. Okay. Wo ging es hier weiter? Da. Mein treuer Begleiter. Uh-huh. Okay. Ratsch. Uh-huh. Secret. Wäre der andere Spell wahrscheinlich sogar cleverer gewesen mit dem Pushen. Ja, 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 ja. Uh-huh. 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 Wupp. Da unten ist nochmal ein Secret. Naja. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Rechts oben. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Wenn ich beim Boss bin, bin ich dann nochmal eine Stufe gestiegen. Ja, 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 ja. Na, dann mache ich den Stufenanstieg aber auch gerade nach. Wenn sich das gerade irgendwie noch einrichten lässt. Ah. Alles tot. Dann wohl kein Aufstieg mehr. Ja. Wobei wahrscheinlich dann sogar im Kampf. Ja. Wir könnten das hier noch nehmen mit den untoten Dings da powern. Giftexchange. Ne. Hm. Ich will das da reinziehen. Okay. Um. Naja. Ja. 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 Stamina, keiner mehr. Ja. 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 Mhm. 4 Strength, 3 Skills. Das klingt schon nicht schlecht. Aber... Nee. Legendary Armsman. Das hab ich schon. Ja, da haben wir jetzt so viel nichts. Okay. Ja, was man mit diesen Splittern dann machen kann, weiß ich auch noch nicht. Also, diese Rüstung war ja irgendwie verbessern, aber... Mhm. 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 Das machen wir mal weg. Machen wir das zuerst hoch. Fum. So, dann... ...können wir den Rest... ...wieder... ...einschmelzen. ...können. Dann wäre aber als nächstes tatsächlich wieder dran. Schweine kaufen und hier die hoffentlich irgendwelche Schriftrollen. Das Bike. Minor, positiv. Das ist Bolster. Ich habe Fortify und dann gab es aber noch ein anderes Extremifies Weapon. Das ist Significant. Das können wir natürlich dann auch da mal drauf machen. Und das andere Fortify Amor. Das kam wieder irgendwo drauf. Das war nichts. So. So, dann. Banken, Banken, Banken. Okay, anscheinend haben wir da alles gekauft, was geht. Der hat keinen Nachschub von dem Zeug. Ha. Man kann sich natürlich auch eine neue Welt generieren lassen, aber das will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das hier war das Höchste. Das war auch nicht schlecht. Auch wenn ich das nicht ganz verstanden habe. Hm. 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 der stand eben nur pushen ja da habe ich mich verguckt sie sind so selten die schrift rollen ich habe auch keine lust jetzt alles da abzuklappen klappen um dann eine schriftrolle zu finden extrem ist arm und 17 finden wir schon noch ich gehe noch das andere dorf abkloppern nö serious healing potion kostet aber auch 50 glaube ich aber mal niederlnix niederlnix na super komme blinke hier eine schriftrolle gefunden da habe ich insgesamt jetzt fünf stück das sollte eigentlich schon mal erst mal wieder reichen mhm slime ways of ksak xiv das sind jetzt aber schon die wo die höchsten meiner charaktere abgenippelt sind naja aber ist auch ordentlich jetzt an äh ressourcen da können ja jetzt hier nochmal reingehen ist her 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 Hm. Da braucht man unbedingt einen Deadpuls für. Okay, dafür haben wir ja jetzt das hier. Allerdings brauche ich auch Mana. Äh, nicht Mana, Stamina. Wupp. Mhm. Kaputt. Kaputt. Trivial. Machen wir das aber gerade noch fertig. Ja, dann war das mit dem... mit diesen toten Schädeln doch nicht so cool. Wenn man da nur mit toten Schädeln was machen kann. Also... Wenn man das da drauf zielen muss. Sehr gut, da geht's drunter. Batsch, batsch, batsch. Ah. 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 Powerful Evil. Was war das? Hall of Champions. Können wir auch machen. Aber genau. Rasten. Stamina. Wenn die mir natürlich die Waffe klauen, dann habe ich ein Problem. Hm. Hm. Schilder haben sie geklaut. Das ist schon ein bisschen krass Ähm, Combat Blinking Ne, da werde ich abhauen Ach, das geht jetzt gar nicht, weil die meinen Scheiß haben Naja, okay Ich kann aber ja Okay, machen wir jetzt eine normale Healing Potion Das sollte reichen Jetzt hat er auch noch meine Waffe geklaut Jetzt kann ich keine Skills mehr benutzen Das ist ja mal richtig fies Was soll ich denn da jetzt gegen machen Hmm Hmm Schaden macht er auch ordentlich 14 Wahnsinn Ergegen die habe ich jetzt nicht so die Probleme Aber ich darf den Dungeon jetzt theoretisch nicht verlassen Ach, gegen die kann ich auch jetzt nichts tun Hmm Hmm Ich brauche unbedingt irgendeine Waffe Und ein Schild Möglichst Um Gegenschlag zu machen Hmm 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 Jetzt finde ich natürlich gerade keine Kisten oder sowas. Das sind Zweihandwaffe, die kann ich aber leider nicht verwenden. Ich weiß noch nicht mal, ob die die Waffen jetzt quasi behalten, wenn ich das Level verlasse. Ich würde ja vermuten, dass sie das zurücksetzen. Äh, das habe ich jetzt irgendwie verpeilt. Da komme ich ja weg. Aber der könnte natürlich das mithaben. Das ist der einzige Durchgang. Das kann ich dem klauen. Das kann ich. Das war's für heute. Aber wieder keine so ne Waffe. Wieso mussten da auch solche Champions sein? Da unten ist Sackgasse, mein Freund. Na super. Bogen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Schnitt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie wir hier aus dieser Misere wieder rauskommen. Bis denn!